hallo und herzlich willkommen zurück bei dead by daylight mit crazy genau ich habe sie mir einfach nur und ausgerechnet direkt am gen das ist doch schön mit wir uns mit rotkehlchen mit schlumpf hier blaue haare oder oder schwarz oder sei keine ahnung so für die letzte aufnahme dvd das reicht aus und die softbox nicht aber abbekehrt kommt etwas vor so erst das gleich fertig luft luft totem kaputt gemacht und habt eine taschenlampe gefunden nicht weg wie die 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 haben sich der rotkehlchen hallo rotkehlchen und sie sind rotkehlchen auch wir haben der wochen wollen wir haben dieses komische ungerührt der wochen geworden ja das ist komische das jagt mich ja hätte ich mal so verhalten wie ich wenn dir das nicht passiert hat mich aufgehört zu jagen warum auch immer alter das krieg ich die paletten ja direkt kaputt hallo ich will beieinander jagen okay nicht lassen lang gibt es den jenny doch hier doch hier kommen zurück kommt zurück kommt zurück wenn du machen willst dann da das ist das viel schnell machen aber verkackt bloß nicht ja auch crazy der kinder kann das hören geht hinter mir weg ich komme er kommt hoch ins haus ja jetzt habe ich den ausfälle ja alle marie du musst aber auch laufen werden wir sollten die fenster jetzt auch ab knapp er teleportiert sich ich hab's mal sehen der ist gerade zu mir tp wieso sieht man die nester nicht mehr ich habe heute den 29 wie los kommt einer zu dir oder soll ich okay das mist wie hau ab ist bei virus ist direkt im mess glaube ich ja ich war es gerade weg scheiße nicht schon wieder gut nächster generator nice so totem nummer zwei weg denkt an das wird denn schon wieder ein nest aufgebaut das weg war doch gerade eins servus und war hier unten am generator sitzt wir halten uns gerade gegenseitig ok dann seid ihr das nicht dann ist das der star die knudeln überhaupt zusammen ja goto holi ein bisschen massieren ah holi crazy ich komm jetzt auf holi ich weiß nicht aber holi fantastisch hallo wahrscheinlich massierst du holi ja safte grüße holi holi massier ich sehr gerne holi könnt ihr auch mal wieder ja ist hier noch ein generator drin ja ich sitze da ich sitze gerade an einem dran das heißt einer muss definitiv gemacht werden gut es ist denn ich bin irgendwo ein keller müssen wir haben Nein oBUILT du alte bauernblinsle ey der generator war fast fertig bis auf 5% Ich geh den jetzt mal abhängen. Mach das, das ist hier bei dem Generator, wo ich war. Dann geh ich mal wieder zurück. Das bist du schon wieder hier. Ich seh's. Ey. Aber dann kann ich ja, solange es kein Nest hier hat, ruhig fertig machen. Ist gleich fertig. Komm, 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 gib ein bisschen Gas. Hier ist noch eine verletzte Wenger. Komm, 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 komm. Haps, haaps, 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 haaps. Nice. Ach, nein. Ach, nein. Ich dachte, der kommt jetzt. Ja, hier ist ein Haken. Hier ist ein Haken. Was? Was macht er da? Er macht da vorne und macht da Zeichen hin. Nestchen? Ja. Jetzt teleportiert er sich weg. Rein, 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 einen Ausgang. Macht den Ausgang offen. 99 Prozent. Die kriegen das Zeichen weg, ran schleichen und dann... Drauf gehen und direkt weg, du kriegst direkt die Anzeige, dass du's wegmachen kannst. Kann ich zu euch kommen? Oh, hallo, da ist er. Gehen wir zum anderen Ausgang. Ja, mach mal. Seid auch Zeichen, das machen wir direkt weg. Ja, echt jetzt, ey? Hör mal auf damit. Glaublich, ey. Warte, 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 ich muss gleich zurückrufen. So. Hier, halt mich doch mal. Mein Gott, glaub doch nicht mal. Komm, raus, 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 raus. Ich muss kurz zurückrufen. Er geht weg von mir, er geht weg von mir, er lässt mich liegen. So, ich sag schon mal, ciao. Geht im Ausgang. Okay, komm wieder zu mir. Jetzt hebt er mich auf. Ja, ich schreibe mich hin. Ist der Ausgang da bei dir offen, ne, ne? Ich bin nicht in der Nähe vom Haus. Also, ich bin ein Stückchen weiter weg. Ich sehe den leider nicht. Doch, jetzt. Ne, ist noch nicht offen. Leuchtet da schon eine rote Lampe? Ja, zwei von drei. Der andere ist ja auch noch da. Oh, jetzt hängt er mich wieder, ey. Du Wichser. Oh, ich kann auch keine Kraftausdrücke machen. Oh, Entschuldigung. Oh nein! Ich bin tot! Ei! Ich bin tot! Wir alle halt im anderen Ausgang sind, ey! Ich muss nicht rausgehen. es muss ja wenigstens eingeben also danke für bis zum also ich also hauste